lineare funktionen die kann man auch rückwärts ermitteln wir gucken uns das mal an wie das funktioniert man sagt auch steckbrief aufgabe dazu gucken wir uns mal im dunkelblau an was hier passiert ist gegeben sind zwei punkte einer funktion und zwar 33 76 schade 77 wäre schöner dann wüssten wir gleich wie die wieder graf zu verlaufen hätte läuft dumm gesucht ist die funktionsvorschrift das heißt also f von x ist gleich trallala mx plus ende ja dann gibt es wieder eigentlich nur ein lösungsweg wir fangen an mit einer skizze zeichnen die beiden punkte ein das habe ich schon mal vorbereitet und wenn man die beiden punkte eingemalt hat ja dann kann man eigentlich nur eins erstmal machen den grafen da so recht und schlecht rein mietzeln ins system ins koordinatensystem und hier sieht man schon das wird nichts das wird eine andere nullstelle haben und unser n das ist geschätzt rund 0,8 das läuft auf jeden fall nicht durch die 1 und fertig so jetzt wenn man die skizze hat jetzt kann man aber m abzählen das ist ein riesen vorteil ich kann nämlich sagen ich habe ja hier ein steigungs dreieck und jetzt kann ich sagen 1 2 3 4 nach rechts 4 nach rechts schreibe ich also m ist gleich 4 nach rechts und 1 2 3 hoch drei viertel ob das stimmt noch mal 1 2 3 4 nach rechts und 1 2 3 nach oben dann hätte ich mein m schon mal grafisch ermittelt ob das alles so ist das wird sich jetzt durch die rechnung erweisen hier habe ich zufälligerweise ganz glatte punkte was ist wenn da kommadrala drinsteht dann ist das nicht so einfach zu machen mit diesem steigungs dreieck so und die rechnung die ist eigentlich wieder einfach wenn wir wissen dass die punkte auf also dass die punkte teile des grafen der funktion sind dann kann man auch sagen wenn das hier der x wert ist und dass der y wert also xp xq und yq ist egal wie die bezeichnet dann kann ich folgendes machen dann stelle ich ganz einfach die gleichung allgemein auf und sage f von x ich weiß noch nicht viel ist gleich m x plus n das schreibe ich einfach so hin und fangen wir mit dem punkt p an dann weiß ich dass der punkt p der hat 33 die koordinaten 3 ist der y wert 3 ist gleich m wir haben es hier zwar vorsichtig mal abgelesen wie es aussehen müsste mal x und jetzt setze ich den x wert ein plus n n wissen wir immer noch nicht gut das war die eine variante machen wir das ganze mal für q er hat die koordinaten 76 dieser punkt q das mache ich deswegen mal hier ja ja ich meine q und zwar jetzt sage ich 76 7 ist der x wert 6 ist der y wert 6 ist gleich m mal 7 plus n jetzt ist dumm jetzt haben wir wenigstens die beiden gleichungen und jetzt müsste man damit was anfangen können kurze frage was kann man mit beiden gleichungen tun das hat man mal überlegt also die punkte die habe ich in die allgemeine form habe die punkt koordinaten eingesetzt weil die ja zur allgemeinen form dazu gehören so und jetzt haben wir überlegt was machen mit diesen blöden beiden gleichungen gleichsetzen geht nicht ganz aber was ist wenn ich diese seite hier einfach überall mal zwei nehmen dann habe ich meine neue gleichung die heißt dann 6 ist gleich mal 6 plus n mal 2 schreibt mal extra verkehrt rum damit man das besser sieht dass ich alles mal 2 genommen 3 x 2 und hier auch 3 x 2 und fertig und jetzt probieren wir mal gleich zu setzen jetzt sagen wir gleich die beiden gleichung die setze ich gleich frage wenn man das jetzt hier zusammenfasst zugleich setzt dann steht auf der linken seite das hier moment auf der linken seite steht das hier und auf der rechten seite das hier und die beiden die fasse ich jetzt hier zusammen also ich schreibe das eine hier das andere dahin und dann werden wir mal sehen was passiert also 6 m plus 2 n ist gleich 7 m mal 7 ich drehe das jetzt wieder um plus n das werden wir immer noch nicht schlauer ne schaut mal diese blöden ms und ns die bleiben immer noch drin ich kann ja zusammenfassen okay wo es stehen mehr mehr ms hier auf der seite also weg minus 6 m was passiert 2 n ist gleich m plus n ach du lieber gott na gut ich lasse mal das m hier auf der seite minus n dann steht n ist gleich m oh das ist interessant n ist gleich m das ist schon mal eine aussage aber es nützt uns noch nichts wir wollen ja die echten werte haben also diese aussage ist schon mal gut jetzt gibt es eine frage jetzt sind wir also bis hierher bei soweit gekommen wir haben geschätzt und 0,8 ja das könnte auch 0,75 sein ms 0,75 wir haben jetzt lediglich durch dieses gleichsetzen ein bisschen rumtricksen rausgekriegt dass wir ja n gleich m haben das ist hier ein zufall das kann passieren sowas gibt es aber wir haben noch nichts vernünftiges hinbekommen zu sagen verflucht wie kann man das machen dass man nicht bloß die aussage hat m ist gleich m sondern die echten werte für m und für n und das ist die aufgabe die gilt es schon mal im kopf zu lösen das ist eine echte hausaufgabe für nächste woche einfach mal immer wieder kurz das video angucken noch mal darüber nachdenken vielleicht gibt es eine möglichkeit wie man sich daran tricksen kann ich wünsche schöne pause